Nur weil ich eine Austauschschülerin bin, kann ich die japanischen Wörter nicht so gut lesen. Hier scheint es ja ziemlich lebhaft zu sein. Hideyoshi? Ich bin auch in der F-Klasse. Schön, dich wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Aber die Leute hier scheinen echt nicht gut abgeschnitten zu haben. Sie sehen alle ziemlich inkompetent und zurückgeblieben aus. Bist du das nicht auch? Aber ich bin so froh. Das einzige Mädchen hier ist genauso hübsch wie Hideyoshi. Ich bin ein Junge. Ich bin ein Mädchen. Ihr versteht es einfach nicht. Ich bin ein Mädchen.